Be the first generation, it's your chance. Trainerausbildung in der neuen Kampfkunst Gong Gong Yu Sul. Ziel des Trainings sind Erwerb von Selbstverteidigungsmethoden, Zuwachs an Selbstbewusstsein, Kontrolle des eigenen Körpers und Geistes, sowie Erlernen eines höflichen Umgangs mit anderen Menschen. Als verantwortlicher Vertreter für ganz Deutschland und Europa bieten wir Erwachsenen- und Kindertraining. Untertitelung des ZDF, 2020